hallo und herzlich willkommen ich bin's lubaka hier geht es weiter in unserer kleinen stadt slavutic und ich hatte beim letzten mal ja schon gesehen dass hier auf einmal ein counselor ist und wusste nicht woher es gab tatsächlich ein tolles update ein eine ein update auf ein patch auf version 03.2 und ich gehe mal die änderungen einmal ganz kurz durch die der gute mann hier gemacht hat und zwar ist es zum einen etwas einfaches aber für die bedienung schönes denn man kann jetzt hier durch gleiche gebäude durch klicken mit diesen pfeilen die sind neu können wir also durch alle village hauses oder was haben wir denn doppelt den smith zum beispiel können wir zack auf den anderen smith gehen das ist erstmal schön dann gibt es noch eine sache die haben wir bisher nicht gemacht in der forestry wenn wir eine zone haben wo bäume gepflanzt werden dann kann man da jetzt einstellen ob die dann auch trotzdem abgeholzt werden sollen oder ob sie geschützt werden sollen und die größte änderung und wirklich tolle änderungen ist dieser counselor wenn man den nämlich hat dann kann man hier manage seasonal hiring an machen und dann haben wir diese großartige option nämlich hat man kann jetzt einstellen in ich glaube sogar allen gebäuden wann im jahr die leute eingestellt werden sollen und wie viele also wir können jetzt also einstellen ja während der saison wenn also gepflanzt wird und geerntet wird dann hätten wir gerne fünf und außerhalb der saison soll da nur noch eine arbeiten und dann können wir hier einstellen wann ist denn die saison würde ich mal sagen ab märz fangen die glaube ich an das zeug aus zu säen kann man jetzt auch noch mal gucken in der nächsten runde ob die dann zwei monate aussehen und dann da eigentlich nur so rumsitzen bis sie dann wieder ernten aber ich würde jetzt erstmal so die vier monate mal raus machen lassen wir es mal bei den dreien dies waren aber dass wir jetzt schon mal hier auf jeden fall einstellen ja so soll es im januar oder november bis februar november bis märz sozusagen sollen hier nur eine soll hier nur eine person arbeiten das können wir in anderen form auch mal machen das wird jetzt noch keine änderung haben wir haben jetzt märz aber das ist auf jeden fall cool und das können wir dann langsam schön verbessern über die zeit in der wir rausfinden von wann bis wann das alles funktioniert was mir jetzt noch am ehesten noch mal einfällt ist und gut dass ich da drauf klicken unsere fischer hütte die soll auch gerne wieder arbeiten und auch der soll wieder arbeiten denn hier ist schon ein ein bisschen kaputt es ist märz die können schon lange wieder fischen haben wir beim letzten mal nicht darauf geachtet blöd 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 aber auch für die würde ich sagen na gut wann schmilzt ist es gerade erst geschmolzen ist das dann im februar schon naja aber ich würde mal davon ausgehen dass es ähnlich ist wie da auf sie sind braucht hier gar keine arbeiten und on season drei leute so soweit dazu das schon mal wieder weiterlaufen schauen noch mal auf den messenger wir haben ja jetzt immerhin herausgefunden dass wir das öl in unser lagerhaus bringen müssen also jetzt wissen wir auch wie wir exportieren das sollte alles gut funktionieren und weizen haben wir den jetzt schon verkauft haben wir das nicht gesagt 500 hier drin 500 noch hier drin 500 noch hier drin ich glaube wir haben schon ein bisschen weizen verkauft aber warum sollten wir jetzt nicht noch mal zumindest 200 oder sowas verkaufen um erstmal zu sagen wir wollen aus den miesen raus der weizen wird kommen der neue weizen und ich sehe momentan keine gefahr für hungersnöte und wir bauen ja auch noch eine neue farm na gut fürs nächste jahr aber trotzdem so das würde dann heißen dass wir hier auch noch mal weizen hinbringen müssten und zwar 200 einheiten da bringen jetzt auch mal nicht mehr hin als das die sollten wir dann vielleicht auch wieder rausholen wenn sie abgeholt wurden damit da nicht noch mehr rüber gebracht wird so hier wird weiter gebaut ach so ja das ist auch hinzugefügt worden im neuen patch ein info panel für das card parking aber das habe ich mir durchgelesen das wissen wir schon wie das funktioniert was wir aber noch mal gucken können ist ob im wahrenhaus schon eingestellt ist dass die leute das mit dem card durch die gegen fahren sollen und nicht mit der hand das wäre gut und zwar auch lebera hier wird schön aufgefüllt das ist perfekt das gefällt mir gut und wir bauen die granary und eine forestry als nächstes das haus moment das haus hier das können wir mal noch nach vorne setzen und dann geht das hier schön weiter da kommen neue bewohner er arbeitet im wahrenhaus ist das aber der wohnt da hinten er ist jetzt nur so vorbeigekommen aber hier sind jetzt eine ist eine neue familie die schorni familie ach ja genau mit marika zwei jahre die haben wir beim letzten mai schon gesehen wunderbar die kommen mit 9 wels hier an und ich hoffe dass sie noch mit den teuren preisen umgehen können sobald wir das ein bisschen verbessern können dass die leute nicht so viel bezahlen müssen werden wir das auch tun momentan kriegen sie noch weniger geld und müssen mehr bezahlen und wir haben nach wie vor nur eine familie die wirklich arm ist die wahrscheinlich immer noch die gleiche hier ist tatsächlich die haben auch wieder weniger bekommen weil oris ja immer wieder ohne arbeit ist und wahrscheinlich das neue geborene noch ein bisschen mehr essen benötigt ja also das jetzt nur wegen dieser einen familie wegzusetzen also sobald wir bei null sind werden wir das geld geschäft noch mal ändern und sie dürften auch durch die ich meine die hühner sind momentan eher noch eine preisliche belastung würde ich sagen bis wir die voll haben momentan sind auch noch keine dazu gekommen wir haben nur vier hier da kann man keine männlichen hühner holen oder oder kann man auch hähne kaufen das sieht schon nach mehr aus als vier achso wir haben auch vier hatchlings genau vier küken sind schon da wunderbar die wachsen vor sich hin also bis das 30 sind wird es noch ein bisschen dauern bis dahin kostet es uns eher was weil wir ja wenig verkaufen können und die eier noch ja hier sind acht eier jetzt sind es fünf hatchlings gucken wir doch mal ein bisschen zu da würde ich gerne noch ein stückchen näher ran was passiert denn jetzt mit diesen eiern lass mal ein bisschen schneller laufen werden die jetzt abgeholt in irgendeiner form oder werden die alle ausgebrütet picket die pick picken sie darum ach richtig und es hat mir jemand geschrieben was völlig richtig ist dass ich gesagt habe ich gebe der bevölkerung zu weihnachten das beef aus dem granary und das habe ich nicht getan so das ist natürlich richtig doof von mir gewesen ähm denn das war wirklich das war eigentlich eine schöne idee jetzt könnten wir natürlich sagen es ist jetzt irgendwie erntedankfest ne erntedankfest ist im august ne september ich weiß es gar nicht was ist denn im april was schönes zu ostern kann man denen das geben aber zu ostern müssten ihnen eigentlich ostereier geben ich finde nach wie vor Moment wir schauen mal wie viele kühe haben wir denn jetzt 11 haben wir noch also in diesem jahr gibt es noch keine neue schlachtung insofern gibt es zu und da muss ich jetzt wirklich dran denken Dezember 27 das fleisch ist dann schon ein bisschen älter ist vielleicht ein bisschen trocken dann aber fleisch ist fleisch das wird sie trotzdem freuen also ein weihnachten später gibt es das ähm ja das habe ich leider vergessen so jetzt aber nochmal was ist mit den eiern passiert sind die eier noch da ja die werden jetzt abgeholt dann werden sie wahrscheinlich doch verkauft wer bist du du hast sonnenblumenöl abgeholt jetzt können wir auf den messenger mal schauen jawohl hier wurden die 246 einheiten abgeholt das geld haben wir scheinbar bekommen genau wir sind bei minus 250 das war es dann auch den rückweg sieht man jetzt nicht nochmal glaube ich und hier kommt der nächste der den weizen abholt sehr gut sehr gut sehr gut wir verkaufen zeug so jetzt will ich wissen wer hier die eier holt Supply resources Olena die arbeitet die kommt von hier ganz darüber na gut wir haben im granary nicht die eier eingestellt da ist auch kein platz mehr getrockneten fisch brauchen wir da nicht Weizen, Fisch dann stellen wir doch hier nochmal die eier ein dass vielleicht eher die arbeiter von hier die eier holen erstmal maximal 50 denn ich will ja dass da küken kommen aber jetzt scheint tatsächlich die frau vom markt stand da hat sie sie abgeholt ja Olena Karbinvik hat alle 8 eier abgeholt naja vielleicht probieren sie hier die Hedglings und so nicht zu sehr aus der balance zu kriegen und wenn wir die ganze zeit 8 eier kriegen dann ist das in Ordnung wenn wir ein paar verkaufen ist doch wieder schön aber die ganze zeit die die von da bis da läuft und wieder zurück wird hier nichts verkauft können die Leute kein Mehl kaufen keine Milch naja es wird immer schöner das kann ich nur sagen immer wieder im Frühling auch gerade da mag ich gar nicht schneller laufen lassen da kommt Olena mit den Eiern wo ist denn die da noch von hier die kauft die kauft sich was zu essen vom anderen markt stand aber du gehst damit nach hause oder was hast du denn dir gekauft Buchweizen du hast dir also Buchweizen da hinten gekauft und du hast selber Buchweizen im Lager na mit dir muss ich mal logistisch mal sprechen kauf doch deinen eigenen Buchweizen musst du da nicht ganz rüber laufen und dass das hier der der beliebteste Geheimweg der Stadt ist das ist so wie bei modernen Taxifahrern die dann immer sagen ich weiß wo das Land geht pass auf ich fahre da durch das ist viel kürzer na gut na gut na gut na gut na gut wie ist der Bau langsam aber stetig die Granary wird gebaut machen wir es noch ein bisschen schneller ja Merz achso halt es dürfte doch schon so hier ist schon die Wiese wird schon wieder bearbeitet warum wird hier nicht gepflügt hier wird gepflügt hier wird nicht gepflügt warum nicht haben wir da irgendwas falsch eingestellt ist das hier das alte und nicht das neue hier wurde schon gepflügt warum ist denn dieses Feld nicht ordentlich bestellt ist es nicht aktiv doch da steht es doch das ist richtig gemacht das ist auch schon am wachsen ok liebe Leute warum arbeitet ihr nicht auf diesem Feld dummdi dumm fällt mir jetzt nicht ein warum das so sein sollte hier wurde auch schon gesät kommt ihr da nicht hin da ist doch der Eingang da kommt man schon hin lassen wir das noch mal ein bisschen schneller laufen hier sind aber auch sehr wenige Leute die hier gerade arbeiten warum denn warum warum was habe ich gemacht ab März habe ich jetzt das falsches eingestellt ne März 3 aber laborers sollen trotzdem kommen das ist schon klar oder 5 da auch 5 oder haben wir einfach keine Menschen wir haben keine Leute wir haben keine Leute wir müssen Leute rausschmeißen wieder verdammt 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 alles klar ja hier um Gottes willen 1 2 3 rausschmeißen aus dem Warenhaus aus dem Warenhaus aus dem Warenhaus ah ich bin ja doof jedes Jahr die gleichen Fehler hier das geht so nicht einer im Warenhaus reicht auch so die Fischer sind die müssen natürlich arbeiten hier können wir nochmal wieder 2 rausschmeißen und den Männern in der Forestry bleiben die Leute der Ölworkshop kann eigentlich na gut der arbeitet da noch dran der Carpenter hat 4 laborer also pass mal auf du wirst jetzt keine Frauen mehr hier anstellen als laborer du wirst überhaupt keine laborer anstellen du kannst das alleine machen so viel zu tun gibt es da nicht und hier will ich auch keine laborer sehen jedes Mal raus mit denen kann ja auch nicht wahr sein so jetzt werden nämlich hier ordentlich Leute gebraucht ach man so ein Feld ist fertig geworden das wird das Abholzungsfeld sein ich hoffe dass jetzt hier das noch ordentlich funktioniert jetzt haben die hier mit wenigen Leuten das nur gemacht und hier ja hier wird jetzt geflügt immerhin komisch na gut das Feld brauchen wir nicht machen wir da noch ein Wohnhaus hin wir brauchen ja Leute jetzt langsam ne aber jetzt wäre es natürlich auch nicht schlecht was können wir denn noch bauen was können wir noch schönes bauen also wir haben das Leder hier wir würden hier dann sehr bald Fleisch und Leder zusammenstellen daraus können wir natürlich auch Schuhe machen aber also wir haben einfach zu wenig Leute momentan es gibt haufenweise Stellen und viel zu wenig Leute das heißt wir müssen Wohnhäuser bauen Wohnhäuser 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 wohin damit machen wir hier auf die andere Seite noch welche eventuell geht es ja hier irgendwann weiter aber hier sind halt keine Arbeitsstellen ich wollte ja schon mal also ich hier nochmal gucken hier dran lang ich finde da dürften schon nochmal Leute wohnen am Wasser ist schön auf jeden Fall ich gehe nochmal zwei Wohnhäuser dann kann man immer noch gucken ob man hier nochmal drumrum was anderes macht ich glaube das ist nicht schlecht da wohnen auch da ist auch Platz da ist auch die haben da einen schönen Ausblick leider machen wir ein bisschen Reet kaputt aber ich glaube das scheint genug zu sein mit dem Reet bauen wir da nochmal ein Häuschen rein und daneben bauen wir auch nochmal ein Häuschen so und die bauen wir auch dann schneller als den Rest und die Granary können wir auch eigentlich nach hinten stellen die sollen erstmal die Wohnhäuser bauen wir brauchen einfach mehr Leute wir brauchen mehr Menschen denn wir haben jetzt ein bisschen Essen das ist nicht mehr das Problem so die Bankrunde wir können ja nochmal also was wir nehmen wir noch fünf Hälschlings wir haben genug zu essen hier wird gepflügt da sind die Kühe auf der Weide hier wird auch gesät allerdings ja doch jetzt sind einige da Buchweizen, Fellowfield, Sunflower und Potato ok 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 was ich gucken wollte wegen den Bänken ist wo die denn jetzt gebraucht hätten es gab ja wie gesagt unterschiedliche Meinungen also ob die Bänke nicht immer an den Produktionsstätten wo sie ja jetzt teilweise schon stehen hin sollten oder zu den Wohnhäusern hin sollten und wir nehmen uns jetzt mal kurz die Zeit denn dieses Spiel ist ein Spiel das Zeit da ist sozusagen Zeit das Wichtigste dass man dafür ein bisschen Zeit erübrigt und wir schauen uns jetzt mal an was aber wir können ja mal eine nehmen die schon ein bisschen was getan hat die bald nach Hause geht Mudroljuba Buchma die 51-Jährige was die jetzt nach einem getanen Arbeitstag hier so anstellt Moment Arbeitstag wir gucken mal wo der Arbeitstag fast zu Ende ist hier so Orisia Livetin die schauen wir uns an 36 hat gerade hier Kartoffeln gepflanzt und jetzt ist die Arbeitstag fast rum jetzt schauen wir mal was sie macht wo sie sich ausruht und was sie am liebsten jetzt hat um sich auszuruht so wahrscheinlich bringt sie die letzten oder wäscht sich nochmal die Hände so jetzt sagt sie ich will Pause machen da geht sie tatsächlich jetzt nicht hier hin um eine Pause zu machen sondern sie läuft wo läuft sie denn hin ach die wohnt da hinten wohnt in dem Haus oh Gott ja du hast ja den besten Job gesucht den man sich suchen kann also na gut dann schauen wir uns das ein bisschen schneller an halt follow da läuft sie sehr schnell aber gut die läuft jetzt einfach mal durch den ganzen Ort kriegt noch ein paar Leute dabei läuft hier auch hinten rum wieder durch den Baum den können wir nochmal abholzen wenn das die wichtige Straße ist dann holzen wir den nochmal ab so und jetzt gehst du auch nicht zur Bank sondern du gehst nach Hause um zu pennen so wachten wir mal kurz Hallo zu ihrer Tochter Katharina die spielt so rum und und so jetzt hat sie gerade Rest ne sie geht einmal nach Hause und jetzt geht sie zur Bank tatsächlich ja dann müssen wir die Bänke zu den Wohnhäusern stellen und nicht zu den Produktionsstätten offensichtlich das sieht zumindest so aus tak sitzt Orisia da und quatscht mit Olena im Marktstall im Marktstall arbeitet er kommt auch gleich der sieht Micalio sieht gleich ach guck mal guck mal wer der sitzt da muss ich gleich mal rüber gehen Hallöchen sagt er mit seiner grünen Hose zu den roten Damen Olena Olena und Orisia die beiden Hose er hat allerdings überhaupt keine Bildung und die haben beide ne Olena hat auch keine es wird wahrscheinlich eher was mit Olena die ist allerdings 23 Jahre jünger als er ja das ist ein bisschen viel finde ich das würde mit Orisia eher gehen aber Orisia ist eben gebildeter als er deswegen wird sie ihn nicht nehmen vielleicht wo wunst denn du? hier du hast ja auch schon eine Frau Dolja die ist 43 naja und die beiden Eltern sind auch noch da Badim und Vitali hm die beiden Eltern achso ne ist der Papa von ihm und der Papa von ihr scheinbar ja der ist auch arbeitslos sind wahrscheinlich beide arbeitslos ne ne der arbeitet auf der Farm Vitali mit 67 noch auf der Farm am Malochen beim Weizenpflanzen sehen ok also Bänke in die Nähe der Wohnhäuser Bank 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 dann schauen wir doch mal also hier ist eigentlich ja der Weg ist in Ordnung muss ich sagen aber dann schauen wir nochmal dass wir hier vielleicht die Bänke aber jetzt so an die Straße da naja ein paar können da schon hin vielleicht so gegenüber immer die müssen ja irgendwie noch miteinander quatschen können weil da nicht immer so ist ja nicht Corona jetzt da dass wir die Bänke jetzt immer in Abstand packen müssen so dann finde ich hier passt es ja ganz gut hier können auch Bäume nochmal hin auf den Zwischenweg und da jetzt mal so eine Bankrunde hin so ungefähr so dann ein Baum in die Mitte wieder so ein Birkenbaum so einen fetten ach der ist aber echt riesig ne na gut die anderen haben auch solche Bäume aber was haben wir noch ich will mehr Bäume haben ach ne die Pinien die gehören irgendwie in den Wald dann nehmen wir nochmal so einen Ashtree der kommt dann daneben und daneben kommen nochmal zwei Bänke jetzt wieder vergessen Shift zu drücken so so dann schauen wir mal wie das da angenommen wird und bauen dann langsam weiter immer mal wieder einzelne Sachen so Mensch ist completed ja das ist schön ihr baut hoffentlich jetzt Wohnhäuser denn wir haben nach wie vor ach ne jetzt suchen wieder Leute nach Arbeit weil es auf der Farm fertig ist hier hier wird noch geflügt das ist noch nicht so weit dass es gesät wird obwohl schon Mitte April ist also da haben hier einfach zu wenig Lebra waren zu wenig Lebra am Start wir haben das aber hier angemacht das ist jetzt nicht so dass es an der neuen Option liegt oder ne das ist alles an na gut es wächst also wahrscheinlich bräuchten wir ab diesem Zeitpunkt also nicht ab April aber vielleicht Mai Juni dann wieder weniger wir können das ja mal einstellen also theoretisch wohl weniger ist nicht naja gut dass man dann nochmal einen Monat Off-Season macht sozusagen in der Mitte wenn das Zeug nur wächst weil da scheinen sie jetzt nicht so viel dran zu ändern aber gut so weiter wird erstmal gebaut etwas schneller nämlich dieses Wohnhaus hier mit den nur zwei Bauarbeitern es gibt keine Häuser ist das einzige Problem Jobs sind zwar genau es gibt genug offene Jobs ja also im Sommer auf jeden Fall ach so richtig wo wollen wir denn noch abholzen also erstmal würde ich hier auf der Straße mal die Dinger wegholzen weil das muss ja nicht sein der soll da weg und der hier na der soll auch weg und der der mitten drauf steht der soll da auch weg wenn das eine Straße wird dann soll das auch eine Straße werden so die werden erstmal abgeholzt und dann ist die Frage wenn hier eh noch eine Forestry wieder hinkommt und die da holzen wie sie will ich würde jetzt gar nicht mehr hier wegholzen ich finde den Weg dadurch ganz gut eigentlich das einzige was man noch überlegen könnte ist halt hier jetzt so eine Schuh irgendwas Geschichte aber ich glaube wir brauchen erstmal ein paar mehr Leute also lassen wir erstmal die 1, 2, 3 Wohnhäuser nochmal dazu bauen dass wir ein bisschen mehr Einwohner bekommen und dann müssen wir hier auch gucken dass wir also weil eine komplette Farm mit diesen ganzen Labern können wir gar nicht noch unterhalten also dann müssen wir die wirklich abreißen sozusagen und die starten hier damit wir da nicht in den völligen Wahnsinn kommen weil ich glaube es würde nicht ausreichen also zumindest nicht in einer guten Art und Weise sie scheinen ja auch mit weniger Leuten hier das immer ganz gut hinzukriegen mit dem Sehen aber schauen wir mal wie die Ernte ausfällt in diesem Jahr das ist ja noch nicht gesagt dass das gut läuft minus 230 also ja wie gesagt die Leute dürfen ein bisschen noch müssen noch ein bisschen mehr bezahlen und weniger verdienen aber es ist in Sicht dass wir hier freundlicher sein können zu unseren Leuten schauen wir noch einmal auf die Geldgeschichte ach jedes Mal immer noch immer noch das gleiche und immer noch diese Familie aber 466 sie ist wieder ein bisschen besser und sie arbeitet jetzt sie hat einen festen Job das ist gut sie arbeitet jetzt in der Granary wahrscheinlich hier hinten in der Granary wer ist das ach ne die Granary ist noch gar nicht gebaut na gut dann arbeitet sie hier in der Granary aber jetzt festangestellt und das ist natürlich super für diese arme Familie weil jetzt er arbeitet schon ewig in der Windmühle und wenn sie wenn wir mal darauf achten dass wir Orisia nicht rausschmeißen aus dem Granary falls wir mal irgendwo Leute rausschmeißen sie soll da konstant weiter arbeiten dann sollten die aus dem Minus hier rauskommen auch wenn sie jetzt wieder bei 3,7 sind aber wenn beide komplett ja jetzt kauft sie Sonnenblumenöl du musst auch nicht gleich das teuerste kaufen weißt du? aber gut 3,8 ich glaube mit zwei festen Jobs sollten die durchkommen gut es sieht schön aus wir haben jetzt nicht viel Zeit verstreichen lassen aber es gab ja auch einiges zu beobachten und zu tun beim nächsten Mal läuft es wieder ein bisschen schneller aber ja wir sind alles ich gehe davon aus zumindest dass wir fast alle Freunde der Langsamkeit sind sonst würden wir nicht Oststück spielen ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal macht's gut 185 nur noch 185 Tschüss